Weil in der letzten Nacht und heute nicht geregnet hat, gehe ich davon aus, dass dieses getrocknete Gras jetzt trockener ist. Das heißt, ich werde davon noch viel mehr aufsammeln. Weil ich hier schon das Allermeiste weggemacht habe von diesem getrockneten Gras. Und ich keine Lust habe auf kurze getrocknete Gras. Weil damit kann man sich nicht so gut zudecken wie mit so einem langen getrockneten Gras. Werde ich den hier jetzt erstmal in meinen Shelter reinpacken. Und dann in einer anderen Stelle nach noch mehr getrockneten Gras suchen gehen. Genau, das werde ich jetzt machen. So, das reicht erstmal. Weil guck mal, mir fehlen die Kohlenhydrate. Ich fühle mich irgendwie so, als ob ich vielleicht nur 10% Power habe. Ich komme extrem schnell aus der Puste und sowas. Das nervt. Mir fehlen die Kohlenhydrate. Guck mal da hinten, die Sonne geht langsam runter. Bald kommt es dunkler und dann wird es schon wieder so richtig kalt. Und darauf freue ich mich natürlich überhaupt gar nicht drauf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich heute bestimmt wesentlich besser pennen kann als die letzten Nächte. Weil ich jetzt mindestens doppelt so viel getrocknetes Gras hier habe. Ich weiß nicht, warum ich nicht gleich auf die Idee gekommen bin, so viel getrocknetes Gras zu sammeln. Irgendwie gleich am ersten Tag, dann hätte ich da auf jeden Fall wesentlich besser schlafen können. Und vor allem diese ganzen Wurzeln, die da drunter sind, die haben mich so richtig genervt. Ich hoffe, die werden mich diese Nacht nicht so stark nerven. Hast du gut gemacht, ne? Richtig geil.